Oha, der vierte Advent, noch viermal schlafen, dann ist Weihnachten. Nee, dann ist Heiligabend. Wie, dann ist Heiligabend. Fünfmal schlafen, dann ist Weihnachten. Ach ja, noch Advent, noch fünftmal schlafen, dann ist Weihnachten. Oh, so schön, dass du dich freust. Ja, ich freue mich. Ich freue mich auch. Auf was denn? Na, auf das gute Essen, auf die Geschenke. Oh ja. Und darauf, dass Jesus bald wiederkommt. Oh, super. Äh, warte, wenn er wiederkommt, dann gibt es doch keine Geschenke. Na doch, dann wird er uns reich beschenken. Die Leute, die an ihn geglaubt haben und dann das, was in der Bibel steht. Ach so, ja. Hurra! Hurra. Und jetzt? Weiß ich nicht. Hast du noch was zu sagen? Geschenke! Ja. Tschüss. Tschüss.